so guten abend so urlaub ist vorbei heute heute mache ich für euch extra noch ein video von meinem habe zwar noch was aber da haben wir noch hier das haben wir noch hier Batterie Alligator mit ein paar Eigebaut von mir beißt wenn sie auf die hochgehen dann nochmal hier noch habe ich hier noch eine Reno mit ABA Ratter eingebaute keine Ahnung ob es funktioniert wollen sie mal Langeweile wir haben noch hier ein paar Vogelstrecke mit Raketen ABA dann noch hier ein paar Böller und so ja also da mein schönes Fahrrad auch noch also bis gleich so jetzt haben wir hier Alligator umgebaut ein paar Dinger drinnen hier ja da unten ist er doch mach schnell ein Windfeld so 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 jetzt kommt die Reno der Reno umgebaut mit ein paar Ratter drinnen und Vogelstrecke mit ein paar Dinger noch hier ich weiß zwar nicht ob es dir geht aber wir müssen einfach machen einfach eine Langeweile dazu machen das Ding so 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 Oh, wie eine Rakete. So, jetzt kommen wir hier, kleine Rakete. Der kann schon in der Hand einheben, Mann. Da, Halper. Alle, die hier schwecken. Boah, meine Kurze, die sind stummisch, Alter. Halper, das wird zu zweit. Ach, 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 ach. Oh, mein Gott. Guck mal, drei Stücke auf einmal, drei Stücke auf einmal. Boah, was ist gut? Mikrokasten, das wird die gar nicht machen. Das ist gleich die, Alter. Eins, zwei, drei, los. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist nicht das. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, wie er ist denn? Oh, mein Gott. Guck mal. Oh, mein Gott. Ich habe einen Schiehen zu sehen. Na, da. Ich sehe nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und hier ist das seltsame Hass. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schau doch noch auf. Boah, vollblendet es, Alter. Boah, von den Blenden hast du, Alter. Scheiße, wieder weg. Ah, mein Auge. Boah, blendet es. Scheiße, wieder weg. Boah, blendet, Alter. Na, noch mehr? Oh, Gott. Was ist der Dinger hier? Knallerbse, Alter, was ist die Knallerbse? Ein paar Böllers. Keller. Ja, irgendwas brennt hier, Alter. Boah, stimmt das hier. Ja. Ja, jetzt hab ich mich auch. Hahaha. Ich versuch, drei Stück auf einmal zu zünden, oder? Ich versuch, drei Stück auf einmal zu zünden. Ich versuch, drei Stück auf einmal zu zünden, oder? Ich versuch. So. Einer hier drauf. Ich brauche nicht viel Kahn. Auf die Dach macht es ja. Die Kubi-Dinger. Die Kubi ist auch noch. So, kommen wieder die Kubis. Die Kubis. Die Kubis. Was ist das für Dinger weg? Ah, wir brauchen mal weiter weg, Alter. Schau mal, was ist das für Dinger? So, hier kommen die Kubis. Guck, wie lange zündst du das? Ich weiß wie lange. Guck mal, Schau mal. Schau mal, Schau mal, Schau mal, Schau mal! Was war sonst da, Fransch? So, das war's, alles leer, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, euer Explosivverdeckner abonnieren bitte, Kommentare bitte, also bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir hier einen Ratter mit dem Ding, das haben wir verstanden, ja, machen wir hier, gehen wir da raus, zählen wir, ja, machen wir schneller, alter, schleim mal ein Sturm, da hinten ist Gewitter, alter. Was machst du? Ich weiß, wann sie geht. Ich weiß, wann sie geht. Oh, auf jeden Fall war das da, ich scheiß drauf. Oh, wie hoch? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020